Guten Morgen zusammen, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und heute gibt es einen schönen Skin. Ich kenne ihn schon, guckt euch einfach mal mein Emblem an. Wir gehen mal kurz in den Shop, hier unten, das Äffchen ist nämlich da. Aber kurz weg, erstmal hallo allen neuen Abonnenten, Grüße gehen schon mal definitiv an euch raus. Ich sage ja, durch die Mission kriegen wir definitiv wieder neue Zuschauer dazu und denkt dran, wir haben auch Custom Games, also ruhig auch mal am Livestream vorbeischauen und jetzt gehen wir mal direkt rein in den Shop und wer ist da genau, das Äffchen. Ich meine, ich kenne den Skin ja schon durch Rette die Welt, aber der ist halt wirklich schon nice. Er ist knuffig, süß, also der Skin hat wirklich was, ist aber ein Mädchen, glaube ich. Also ich würde sagen, es ist ein Mädchen, oder? Also der Skin ist echt nice, aber 1200 V-Bucks, aber ich glaube, das ist er wert. Zum Glück haben sie daraus keinen 2000 V-Buckskin gemacht, weil 1200 finde ich eigentlich inzwischen noch in Ordnung für einen Skin. Alles andere ist in meinen Augen schon fast zu teuer. So, dann das Würstchen ist wieder da, mit dem passenden Emote, also beziehungsweise Kondensstreifen. So, verschiedene Stilvorschau. Ach stimmt, der hatte einmal keine Mütze an, einmal hat er eine an. Aber ich würde sagen, wenn man den Skin sich schon holt, dann muss er auch mit Mütze sein. So, des Weiteren haben wir wieder Verwüstung mit drin. Der Skin gefällt mir sowieso immer gut, ihr wisst ja, meine dunkle Seite. Mit dem Rückenaccessoire, das Rückenaccessoire kann man wirklich für viele, viele andere Skins auch benutzen. Also das Rückenaccessoire ist inzwischen echt schon bald wichtiger als der Skin an sich. So, dann auch mit dem Kondensstreifen. Ja, wie man sieht, selbst hier auf den Skin wird es perfekt passen. So, dann haben wir natürlich Eisernaschnabel noch dabei. Und den passenden Kleider. Kleider ist natürlich immer noch OG. Und ich habe nachgeguckt, ich habe definitiv in Season 3 angefangen, weil da habe ich nämlich auch die ganzen Skins bisher. Aber ich kann die leider nicht zusammenführen. Dann natürlich Rabe wieder mit drin. Ist einfach OG Skin. Gefühlt hat ihn jeder, außer ich. Aber der ist definitiv immer spielbar. So, dann denkt dran, wenn ihr euch irgendwas aus dem Shop kauft, gerne meinen Creatorcode benutzen. Yt-Familyhack. Erstmal Dank an alle, die ihn schon eingetragen haben. Und mich auch da konstant unterstützen. Gruß geht da auf jeden Fall schon mal raus. So, dann haben wir Traumblume mit drin. In der weiblichen, doch ist doch die weibliche, ja, die weibliche Variante. So, mit dem passenden Rückenaccessoire. Ja gut, das Rückenaccessoire würde ich sagen, kann man wirklich nur den Skin benutzen. Sieht ganz nice aus. Ja, muss halt hier eher für sich selber entscheiden. Das ist wieder so eine Geschmacksart. Dem einen gefällt, dem anderen nicht. Ist auch nicht meine Zeit gewesen, also so alt bin ich dann doch noch nicht. Aber ist eigentlich recht neu. So, dann haben wir die Rächerin. Der Skin ist, da muss ich sagen, der gefällt mir wieder, obwohl er hell ist. Ich habe ihn ja damals gekauft, aber dann war ich doch wieder zu geizig und habe den Skin wieder zurückgegeben. Aber so auf jeden Fall spielbar, sieht nice aus. Rückglaß, das passt auch auf viele, 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 viele Skins drauf. Sieht man ja auch hier, selbst das würde noch passen von dem neuen Skin jetzt. So, dann gucken wir weiter. Jubelstimmung. Immer noch nice. Dann haben wir noch Piorette. So, dann haben wir die Luftgitarre. Das sieht wieder nice aus mit dem Skin. Und wir haben Sternenstab. Auch, ja, das war ja mal die OP-Spitzhackes. Aber, naja, das ist wieder Geschmackssache, würde ich sagen. So, dann war es das schon wieder mit dem Hauptjob. Wir gehen direkt rüber in Rette die Welt. Gucken einfach mal, was da Neues drin ist heute im Shop. Und wie gesagt, wer noch nicht dabei ist, gerne ein Abo da lassen. Die alten Hasen unter euch, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Alte Krankheit. Aber gestern im Stream haben wir ja die 100 Likes geknackt. Erstmal ein Dank nochmal dafür. Ist halt schon schön zu sehen, dass man da ein bisschen Anerkennung bekommt. Und, so, dann gucken wir mal direkt. Ich gucke direkt bei Vibux-Missionen. Ihr wisst ja, einfach bei Google Vibux-Missionen eingeben. Und dann werden Sie auch die Seite finden. FreeTheVibux.com Also da gucke ich halt immer. Und was sehe ich dann? Wir sehen, wir haben wieder keine Dings. Keine, ich sag schon. Ja, Vibux-Aufgaben. So, was kriegen wir? Oh, von der Seite enthält. Wunderbar. So, wir gehen direkt herein in den Items-Shop. Oh. Oh. Aber ist verdammt teuer. Klar, wir haben die Möglichkeit, mythische Leute zu bekommen. Aber, ja. Mal gucken, was Schleuder-Affe dazu sagt. Aber Schleuder-Affe sagt, glaube ich, auch, das ist zu teuer. Hier haben wir eigentlich nichts Besonderes drin für die 50 Vibux. Gucken wir mal gerade, was wir noch in den Lamas haben. Da dürfte eigentlich nichts drin sein, außer der eine Held. Und dann, ja, danke für den Held. Hat sich gelohnt. Kappa. So, wen kriegen wir hier noch? Auch noch einen Hellen. Ja, aber nichts Besonderes in dem Sinne. 50 Dinger da. Im Shop hat sich auch nichts getan, oder? Nein. Wie gesagt, da ist alles schon so weit rausgekauft worden. Hier der soll recht gut sein. Also, denkt dran, immer ein bisschen sparen. Guckt euch die Aufgaben an. Und in dem Sinne würde ich sagen, warst du schon wieder mit dem Shop-Video. Wie gesagt, ihr habt dann viel Spaß mit dem Äffchen eventuell. Und in dem Sinne, haut rein.